Wir wollen heute mal einen kleinen Blick auf die neuesten Windows-Funktionen werfen, die mir mit dem zweiten großen Windows-Update dieses Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, untergejubelt werden. Korrigiert mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Vieles davon ist angelesenes Wissen und weiß ich nur vom Hörensagen. Wir wollen uns mit diesem Windows-Update beschäftigen. Normalerweise weiß man ja gar nicht so genau, was passiert da bei Windows. Man ist einfach froh, wenn der Computer noch funktioniert nach dem Update. In dem Fall habe ich mich mal ein bisschen mit den Details beschäftigt, einfach weil es mich interessiert hat. Und darum geht es eben im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der 24.10. Dieses Update wurde mir untergejubelt. Ich meine letzten Samstag. Ich weiß nicht genau, wann ihr dieses Video zu sehen bekommt. Aber ihr seht hier, wann ich es aufgenommen habe und wann dann demzufolge das Update kam. Ich spiele Updates meistens sofort ein unter Windows. Fragt mich nicht warum, hat mir das so angewöhnt. Und wir kommen jetzt erstmal auf die offensichtlichsten Updates zu sprechen. Und das ist hier zum einen mal die Microsoft Teams App. Falls ihr die nicht drauf hattet, wird euch die spätestens mit diesem Update installiert. Ich wollte die nie, ich benutze die auch nicht. Und jetzt habe ich sie, einfach weil mir Windows das mit untergejubelt hat. Klicken wir mal kurz drauf. Teams automatisch starten, bla bla bla. Verschiedene Einstellungen, Datenschutz etc. Aktivität, Community, Chat, Kalender. Interessant ist, dass wir hier auch unsere eigene Community gründen können. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich gar nicht daran interessiert an diesem Programm. Ich werde es mir jetzt vielleicht mal ansehen. Scheint zum Standardrepertoire von Windows jetzt zu gehören. Aber ich habe das nicht installiert. Das wurde mir untergejubelt mit dem neuesten Update. Und damit kommen wir gleich zu einem weiteren Feature, das mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Es sind wohl verschiedene Verbesserungen im Bereich der Webcam-Filter usw. vorgenommen worden. Auch die Apps werden zur Zeit fleißig aktualisiert. Da weiß ich aber auch nicht, was da so genau im Hintergrund passiert. Also es wird ja alles mögliche ständig aktualisiert. Kontakte, Paint, Notepad. Ihr wisst, wovon ich rede. Das sind so die Apps, die man eben aktualisiert. Mit dem Microsoft Store. Das mache ich auch regelmäßig. Ja, also so wurde zum Beispiel auch die Fotos-App vor kurzem kräftig aktualisiert, wie ich mitbekommen habe. Die benutze ich auch nicht. Die ist halt drauf. Aber seit der Video-Editor da ausgegliedert wurde, ist die für mich komplett uninteressant. Stichwort Clipchamp. Eigentlich könnte man sie auch deinstallieren. Also Teams ist neu dazugekommen. Es gibt neue Filter für die Webcam. Dann gibt es wohl auch eine verbesserte Smartphone-Integration. Bluetooth und Geräte. Gerät hinzufügen. Mobile Geräte. Also da hat sich wohl auch einiges getan. Und zwar insbesondere im Zusammenspiel mit Android-Smartphones. Öffnen Sie Smartphone-Link, um Anrufe oder SMS zu beantworten. Fotos anzuzeigen und mehr. Wir können das ja mal öffnen. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät von Ihrem PC aus. Anrufe tätigen. Bei Unterhaltungen auf dem Laufenden bleiben Telefonbenachrichtigungen. Anzeigen und mehr. Das geht wohl auch für iPhone. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer iPhone-Kamera und erlauben Sie Link zu Windows, die Verwendung von Bluetooth. Ich probiere das jetzt nicht aus an der Stelle. Ich habe einen Mac. Ich benutze diese Funktion unter Windows nicht. Zumal die bisher recht wertlos war mit meinem Samsung-Gerät. Vor drei, vier Jahren hat das gar nicht funktioniert. Inzwischen funktioniert das wohl besser. Aber wenn euch das interessiert, müsst ihr euch die Videos von irgendwelchen Kollegen anschauen, die ein Smartphone besitzen. Soviel zur App Smartphone Link. Da hat sich wohl auch einiges getan. Und dann möchte ich kurz auf Windows Recall zu sprechen kommen. Das ist eine sehr fragwürdige Funktion, die in bestimmten Zeitabläufen einen Screenshot von eurem Desktop, glaube ich, macht. Und das ist dann auch durchsuchbar im Nachhinein und so weiter. Ein neues Feature, was mit den neuen ARM-PCs von Windows angekündigt wurde und auch schon eingesetzt wird auf speziell diesen PCs. Und dieses Feature kommt jetzt wohl auch für Windows 11. Also das scheint zum Standard-Repertoire von Windows jetzt zu gehören. Und der Aufschrei war groß, was ich gelesen habe. Ja, da sei schon ein Dienst im Hintergrund aktiv etc. Ich habe jetzt hier ein bisschen recherchiert. Ich kann das so nicht bestätigen. Das Recall-Ding ist ja kein Spionage-Tool für Geheimdienste. Also vielleicht auch. Versteht mich da nicht falsch. Aber es ist ja vor allem auch für den Anwender gedacht. Deswegen muss ja auch der Anwender darauf zugreifen können. Und die Tastenkombination dafür ist Windows-Taste und J. Und wenn ich das drücke, passiert hier gar nichts. Und auch die Einstellungen habe ich durchsucht, da wo man die Funktion angeblich abstellen kann. Diese Funktion habe ich nicht. Ich kann da nichts abstellen. Ich vermute, dass Windows Recall Teil ist von Copilot Plus. Das ist wohl ein kostenpflichtiges Abo von Copilot, das eben nochmal besser funktioniert als Copilot selber. Und im Rahmen dessen kann man dann wohl die Recall-Funktion nutzen, aber auch nur, wenn man bestimmte Hardware hat. Also soweit ich das beurteilen kann, ist das auf meinem Windows-PC derzeit nicht aktiv. Diesen Dienst, der da im Hintergrund aktiv ist, den könnte ich euch jetzt zeigen. Aber macht ja keinen Sinn, weil ich mir eben sehr sicher bin, dass der Dienst zum jetzigen Zeitpunkt nicht aktiviert ist. Das schließt auch nicht aus, dass Microsoft den Dienst in Zukunft aktivieren wird. Überhaupt nicht, vielleicht sogar heimlich. Also Recall scheint, wie ich woanders gelesen habe, tief ins System verzahnt zu sein. Das kann man nicht so einfach deinstallieren, weil sonst macht man den Datei-Explorer kaputt. So habe ich es gelesen und deswegen will ich da gar nichts ausschließen. Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es aber aus meiner Sicht keinen Grund für irgendwelche Panikreaktionen. jetzt das Update zu verzögern oder Recall mit aller Gewalt aus dem System entfernen zu wollen. Ich glaube, da macht er mehr mit kaputt, als dass es nützt im Endeffekt. Gut, haben wir das auch besprochen. Recall scheint ein Teil von Co-Pilot Plus zu sein. Und die normale Co-Pilot App, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, wie man die zum Laufen bekommt auf dem eigenen PC. Das wurde ja auch lang verzögert, glaube ich, wegen Datenschutzbedenken und so weiter. Das muss man inzwischen nicht mehr auf diese Art hier reinbasteln, sondern Co-Pilot kann man sich jetzt als offizielle App im Microsoft Store herunterladen. Und das sieht dann so aus, wenn man das öffnet. Und mit Co-Pilot kann man dann ganz normal chatten, wie man das gewohnt ist. Und hat dann eben jederzeit Zugriff hier auf die App, wenn man sich die hier zum Beispiel in die Taskleiste reinbastelt. Oder ins Startmenü. Das ist ganz nett. Und ich mag Co-Pilot auch so ein bisschen. Meine erste Begegnung mit einer KI sozusagen. Das ist der Chat-GPT, die da dahinter steckt. Da habe ich auch schon Videos zugemacht. Das war damals der Grund für mich, auf Edge umzusteigen. Microsoft Edge. Weil hier eben der Co-Pilot mit integriert ist. Und wenn wir hier draufklicken, dann öffnet der sich. Das sieht ein bisschen weniger fancy aus wie in dieser App. Ist aber genau das gleiche. Und deswegen erschließt sich mir hier der Mehrwert auch nicht. Naja klar, wenn jemand einen anderen Browser benutzt, dann macht das unbedingt Sinn, sich die App zu installieren. Das verstehe ich schon. Aber für mich ist das jetzt keine bewegende Neuerung hier mit dieser Co-Pilot App, die ich testweise mal an der Stelle installiert habe. Co-Pilot auch abgearbeitet. Kann man sich jetzt im App Store runterladen. Dann, was noch offensichtlich ist, ich hatte hier ein eigenes Design installiert vor Jahren. Und hier wurde mir jetzt zwangsweise ein Bild hingesetzt von Bing. Ich nehme mal an, das ändert sich auch. Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal drauf achten. Und wir haben hier jetzt rechts auf dem Desktop einen Button, um weitere Informationen zu dem Bild zu bekommen. Ganz nettes Feature finde ich. Ich nutze das ja auch gerne sowas. Das ist jetzt hier auch im Hintergrund wird das Bild nochmal angezeigt. Und wir bekommen jetzt hier halt weitere Informationen zu dem Bild auf unserem Desktop. Eigentlich ein ganz nettes Feature. Also ich will das jetzt gar nicht unbedingt abschalten. Auch wenn ich es schade finde, dass sowas halt heimlich im Hintergrund ohne meine Zustimmung passiert. Bin ich auch nicht so ganz mitglücklich. Weitere Infos über dieses Bild. Soviel zu dieser Funktion. Und dann haben sie auch den Edge Browser aktualisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vor dem Update vielleicht war, vor dem großen. Jedenfalls wurde in den Update hinweisen, wurde auf den neuen KI Design Generator hingewiesen. Den habe ich hier aber nirgends gefunden im Einstellungsmenü. Und ich habe alles durchgesehen. Es wurde da irgendwie auch mit keiner Silbe erwähnt, dass das im Web generiert werden muss. Das ist auf jeden Fall auch ein neues Edge Feature. Wir können uns jetzt hier ein Design erstellen mit Co-Pilot, nehme ich an, dass das auch irgendwie damit zu tun hat. Und wir sollen jetzt hier einfach das Design beschreiben, das wir erstellen möchten. Ein rosarotes Einhorn-Design. Ein paar Tippfehler drin. Mal gucken, wie das Tool damit umgeht. Das sind jetzt 20 Sekunden, die wir warten müssen. Währenddessen läuft hier unten ein kleines Tutorial ab. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Und in 10 Sekunden sollte unser persönliches Design erstellt sein. Und das sieht dann wie folgt aus. Nett. Und das können wir jetzt auch nutzen. Wir können das noch weiter individualisieren. Das heißt, wir können die Farben oben noch verändern. Kann man sich ja austoben damit. Ich bleibe bei meinem alten Design, das übrigens nicht KI generiert ist. Das ist der KI-Themengenerator. Da könnt ihr einfach mal nach bingen oder googeln. Ich nehme an, Google findet diese Webseite auch. Haben wir das auch besprochen. Und dann wollte ich noch auf die Paint-Funktion eingehen. Paint wird, äh, Paint.net wurde, wird, glaube ich, eingestellt. Macht mir persönlich gar nichts. Ich habe das nie benutzt. Und wenn ich überhaupt Paint benutze, dann das Klassische, weil, äh, ne, das Sinn macht, das zu benutzen. Weil es so schön einfach und intuitiv ist. Und das ist wohl auch gerade die größte Stärke von Paint. Und Paint.net habe ich von der Bedienung her nie kapiert, gebe ich ehrlich zu. So, und hier haben wir jetzt auch einen Image-Creator integriert. Die Sonne, die scheint. So, ich habe hier mal eine sehr rudimentäre Sonne gebaut. Und wir können jetzt hier noch eine Format-Vorlage wählen. Also eine aus neun. Probieren wir mal Pixel-Kunst. Und jetzt wird uns hier ein neues Bild gebastelt, denke ich. Ich dachte, man könnte damit vielleicht auch irgendwie die eigenen Bilder verbessern, sozusagen. Ich glaube, das geht aber nicht. So, und hier bekommen wir jetzt drei Vorschläge angeboten. Da können wir uns was raussuchen. Und die Sonne, die ich gerade gemalt habe, die war völlig überflüssig. So, und dann können wir uns das hier erstellen. Auch wenn wir uns damit irgendwelche Bücher illustrieren oder Videos untermalen. Keine Ahnung. Auch wenn ihr selber überhaupt nicht malen könnt. Also das soll auch eine relativ neue Funktion sein von Windows. Der Image-Creator, der von Delli unterstützt wird. Neue Funktion in Paint. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Funktion, einen erweiterten Dateimanager, der jetzt mehr drauf hat, sage ich mal. Wir gehen mal in den Bereich Videos. Hier sind verschiedene Dinge gespeichert. Und hier könnten wir jetzt mal versuchen, das Ganze zu zippen. Und da ist eben neu, dass ihr jetzt ohne externe Plugins hier auch 7-Zip-Dateien erstellen könnt. Oder TAR-Dateien. Wer es nicht weiß, das sind TAR-Balls. Das sind Linux-Pack-Dateien. Das kann Windows jetzt von Haus aus. Das finde ich ziemlich schick. Da gibt es sogar noch weitere Optionen, die man einstellen kann. Wobei für Otto-Normalverbraucher tut es das so wahrscheinlich. Und das waren im Wesentlichen die neuesten Funktionen vom neuen Windows-Update 2024. Vom wahrscheinlich letzten großen Windows-Update dieses Jahr. Ich hoffe, ihr fand das interessant. Habt da vielleicht irgendwas erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Und dann bin ich auch schon wieder raus. Hinterlasst mir gerne konstruktive Kommentare. Wie sieht das bei euch aus? Ist bei euch Recall schon aktiv? Das würde mich interessieren. Zum Beispiel gerne ein Like und oder ein Abo. Das kostet euch auch nichts. Und würde mich wahnsinnig motivieren, hier weiter neue Videos jeden Tag zu machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis dann, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen.